Ja, willkommen zu, was passiert bei dir? Nein, wenn der unter mich runterfährt, was kann ich dir dafür? Komm, schneller! Ja, online. Ich muss Mr. Barrett's überholen. Schneller! Rück dir die Kiste! Ich hole auf, ich hole auf! Nein, niemals! Ich hole auf! Niemals! Nein! Nein! Nimm das! Niemals! Du wirst mich niemals kriegen! Naja, vielleicht doch! Warum der Elefanten? Weg mit dir! Nein, weg mit dir! Nein, weg mit dir! Nein! Ich hab zuerst gesagt, weg mit dir! Oh nein! Nein, ja, ja! Nice! Verdammt! Ha, ich hab's geschafft! Aber ich bin auf der richtigen Spur, oder? Nein, Moment! Das kann so nicht sein! Oh, Entschuldigung! Das war keine Absicht! Ich bin auf dem Auto gelandet! Ach, schön! Ja, willkommen zurück zu GTA... Nein, nicht dein scheiß Ernst! Nicht dein scheiß Ernst! Nimm das! Unüberholt! Was? 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 Na, läuft's bei dir! Ich bin immer noch vor dir! Scheiße! Aber nur, weil ich hinten auf den Stahlscheiben fahre! Ja, ich mit einem Fuß auch! Ich glaub, meine Achse ist auch gebrochen! Sieht so ein bisschen schief aus mit den Rädern! Na, ich seh dich schon gar nicht mehr! Halt die Fresse! Na, komm, bist du stehen geblieben! Ne, ne, gar nicht! Ich fahr schon wieder, guck mal! Was hältst du davon, du Wurst? Pass mal auf, bis ich dich meine Reifen schmecken lasse, du! Welchen denn? Du hast doch keine Leer! Du siehst nur noch meinen Reifen quallen, du! Oder Stahlfelgen quallen! Stahlfelgen quallen! Ja, ich bin gleich wieder da! In der heutigen Folge GTA Online schaffen sie's überhaupt bis zum Lager aus! Ungefähr so, ich hab nur noch einen Reifen, aber ich komm voran! Nein, ich bin immer noch vor dir, ich bin schneller! Ich bin immer noch vor dir, ich bin schneller! Wir haben hier was gut! Wie IP-Auftrag beendet, hm? Fahren wir überhaupt richtig? Ja, aktuell noch! Okay, gut! Wie schnell sind wir eigentlich so? Äh... Weißt du, warum kann ich keine Granaten rausnehmen? Ich glaube, das wäre mein Auto egal! Ich würde jetzt viel... Das ist die Tanke, da können wir kurz ne Pause machen! Okay, gut! Ich kann schon nicht nur Auto fahren, ist schon so viel gewesen! Ja, diese langen Strecken ist auch hart! Ich würde jetzt ganz gerne, hinter mir sind ja ein paar Autos... ...in Schlange... ...ich kann sich dann einfach mal meinen kompletten Sand jetzt einfach auf die Straße kippen! Hahaha! Mal gucken, was passiert! Meinst du hier die Abfahrt? Ja! Okay! Ja, ich krieg die Abfahrt noch! Sehr gut! Oh, nur 3,59 Euro der Liter! Ein Geschwindigkeitsrausch! Sicher, dass du in der USA mit Euro bezahlst? Ja, zurecht! Oh! 3,59 Euro für Diesel! Ich kann nicht tanken! Verstehe ich gar nicht! Ich glaube, dein Reif ist noch zu hoch! So! Gucken wir mal! Ne, das klappt nicht ganz! Ach, rückwärtsrad fahren! Na gut! Dann machen wir das mal! Dann machen wir das mal! Ja! Ja! Warte, ich nehm die andere! Oh! 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 Okay! Schippt das Auto jetzt? Es hat den Eindruck gemacht! Es macht immer noch den Eindruck! Na gut! Nehmen wir mal die andere! Oh Gott! Oh Gott! Oh! What the fuck! Na ja, also... Das war jetzt nicht meine Absicht! Sieht aber ganz nett aus! Was habe ich denn gemacht? Zeig mal! Ich weiß es nicht! Ah, okay! Ne, die Tankstelle ist explodiert! Entschuldigung! Das war nicht ich! Also das war mein Kollege, ne? Hier! Er war das! Er war das! Was? Okay, cool! Also ich hätte ganz gerne ein paar Snacks! Ich wollte ein paar Snacks kaufen! Ja! Tu es schneller! Okay, ich mach schon! Ihr habt das Geld! Oh, ihr habt so wenig Geld! Alter! Du kriegst die ganze Zeit die ganzen Anteile! Ich kriege nichts! Ich kriege nichts! Wir müssen weggehen, Mr. Barrett! Ich habe ein Fluchtauto gesehen! Okay! Ich habe noch wen umgeboxt! Da kommen schon die Bullen! Niemand! Nimmt mir meine Hand! Niemand fickt mit Barretts! Genau! Niemand! Das ist leider ganz schön traurig! Nur ganz minimal! Ja! Und jetzt fahre mich weg! Sehr gut! Schön! So macht man das! Fahr endlich! Oh, ein Hubschrauber! Wir sind wie Bonnie und Clyde! Nur ohne Bonnie und ohne Clyde! Und ich habe nicht mein Kleid an! Und ich habe schon den ersten Platten und fahre auf der Felge! Du bist total super! Echt! Nicht mal Auto fahren kannste! Ich stoppe nicht das Car! Ja gut! War schneller! Ja! Selbst mit den Platten? Nein! Nein! Eine Zugfahrt, die ist lustig! Eine Zugfahrt, die ist schön! Ja, da kann man was erleben! Da! Motherfucker! Hast du gerade Granate geworfen? Nein! Aber du... Ich kann es mal machen! Folgt uns wer? Ja! Nämlich gerade, woher die Explosionen so plötzlich kamen! Oh! Da fliegt wer ein Düsenjet! Oh! Naja! Die kriegen uns niemals! Nie! Oh! Außer uns geht der Sprint aus! Dann könnten sie uns kriegen! Oh! Jetzt sehen sie uns wieder! Schade! Wie auch immer! Ja! Wie auch immer sie uns gesehen haben! Aber sie haben uns gesehen! Ja! Ich bin wahrscheinlich wieder durch den Kegel gefahren hier! Du bist die ganze Zeit durch die Kegel gefahren! Weil das sind die ganze Zeit die Felsen zwischen uns gewesen! Ich mag halt Kegel! So jetzt sehen sie uns nicht mehr! Ich mag halt Kegel! Wahrscheinlich haben sie uns einen Pixel lang gesehen und deswegen äh... Ne? Genau! Spieltechnik und so! In der אוhnijang! Schade! Sitätskrakt! Ups! 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 Ich glaube, ich habe vieles wieder drin gefunden. Bumm. Jetzt dürfen sie uns nicht mehr finden. Halt doch einfach ran, sie finden uns hier drin eh nicht. Was machen wir nicht, wenn da ein Zug kommt? Huuu. Was war denn noch? Öffnen wir den Falschen und nahmen wir wirklich den Boden. Sind sie los? Na geht doch. Jetzt können wir ja unsere Mission weitermachen. Endlich. Ja, halt. Was denn hier? Wir haben gerade so ein schönes Event, ne? Guck mal, dort stehen Helikopter. Lass uns doch mal an diesem Event teilnehmen. Na gut. Körper! Oh. Das war gar nicht so tief. Hm. Fly higher, Zion. I'm on the way, Mr. Barrett. Wir fliegen so hoch wie möglich erstmal, ne? Warum? Dann kannst du das besser abschätzen. Okay. Vermute ich mal, glaube ich mal. Oh, guck mal. Fliegen mit anderen Spielern. Huh. Na, du hast deine Hände so zwischen dem Schritt. Woll ich mal da meine Hand da hinlegen? Noch einmal. Ah, also, also, äh, äh. Wenn da jetzt sieh ich, oh! Ich kann so dein Handgelenk so verknicken, ey. Ich glaube, das Event macht keiner mit. Ich glaube, wir gewinnen da. Ist doch gut, oder? Und ich steig hoch, 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 wie ein Flieger. Ho, ho, ho. Ich steh, du gehst so viel feiern. Nee, gar nicht. Ich bin doch YouTuber. Ach so. Ach ja. Da war ja was. Na. Ich seh grad die Militärbase da hin. Da können wir auch irgendwann nochmal hin, ne? Oh, warum nicht? Also, die Wolkendeck ist auf jeden Fall schon unter uns. Na, immerhin. Kommen wir jetzt einfach mal just for fun. Wollen wir springen? Ja, ich denke schon. Drei. Zwei. Zwei. Yee-hü. Wuhu. 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 Das kriege ich glaube ich nicht hin. Wobei vielleicht doch. Miss. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab zu spät. Bezogen. Und ich hab den Kanal getrunken und bin trotzdem gestorben. Ah, schade. Oh. Eins. Oh mein. Yes. Und was war das? Yes. 9,8 Meter. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wer ist der Herr der Lüfter? Wer ist der Herr der Lüfter? Nein. Alles klar. Kriegen wir nochmal eins? Ich guck grad wo das nächste steht. Ah, da oben sind Flevertüts. Jetzt sind Heli schrapp, 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 schrapp. Oh, der nächste ist erst so weit weg. Ist ja kacke. Ja. Mr. Burris, warte doch mal. Ich bin jetzt CEO. Der CEO? Ja, der CEO. Ich bin der CEO. Guck mal, du hast deine Tonne angelassen. Entschuldigung. Kommen wir mal den Penner ausrauben, der hier schläft. Seine Sachen klauen. Aber hier ist du gar nicht zum Clown, der hat noch nix. Auch nur deswegen hab ich's gesagt. Das ist so. Ja. Uh, ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Ich glaub, das schaffen wir vor Ablauf der Zeit nicht mehr, oder? Uhuhu! Ah doch, scheiße! Fuck. Was denn? Wir gehen einfach mal zurück da wo wir den ersten Helikopter hatten. Die spawnen regelmäßig neu. Da ist grad nämlich der andere Spieler hingelaufen. Okay. Und jetzt ist er auch abgeschossen worden, wie's aussieht. Meinst du, wir kriegen's noch hin, noch nen Heli zu kriegen? Ja, man ist guter Dinge, ne? Vorne ist das ein Auto? Keine Ahnung. Dein Leben ist ja low. Get low, get low, get low, get low. Meinst du übrigens auch? Ich stand gerade in Flammen. Get in, get low. Hä? Nein! Nein! Keine Munition mehr! Wofür? Um seinen Heli abzuschießen. Woll ich das übernehmen? Wo ist sein Heli? Nach hinten, beziehungsweise sein... Sein Fuck-Out, oder? Ich sehe ja nicht, was du meinst. Okay, komm einfach mit. Machst du davon jetzt eigentlich noch nen Livestream, oder ist das jetzt reine Aufnahme? Oder ist das schon... Das ist reine Aufnahme. Okay. Ach komm. Räuchten wir noch nen heilen Schwuppschwupp, wa? Ja. Ich esse mal paar Snacks. Snack mal. Inventar. Snack mal ein bisschen was von deinem Snack mal. Hier schießt irgendwer. Ja, ich bin das. Da kommt ein Auto. Wo? Ne, ist die Bullerie. Flugzeug, kannst du mal bitte... Oh, wir haben Sterne. Warum haben wir denn Sterne? Weil Sachen in die Luft geschossen. Lieber Tüt, jetzt kommt man. Eine Minute ist schon mal nicht mehr. Egal, ich bin noch Platz 1. Aber die kommen gefährlich nah an meinen Rekord dran. Ja, stimmt. Dann schaffen die nicht mehr. Dann lass schon mal vor den Bullenstiften gehen. Nein, das geht nicht. Ist die Treppe. Aua. Ich bin tot. Achso. Wollte gerade den Spacko da oben auf der Brücke erschießen. Aber das bist ja du. Ja. Ja. Oh, da ist Hubschrauber. Nein. Doch, wirklich. Nein, ich meine, ich meine, ja. Oh, du bist gestorben. Mein Lappen ist auf die Treppe gegangen. Das sollte er gar nicht machen. Oh, Hubschrauber, Schrauber, Schrauber. Los, 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 los. Go, 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 go. Einfach nach oben. Einfach straight nach oben. Aber 14 Sekunden. Müssen wir eigentlich jetzt schon abspringen, ne? Mist. Also, ich hab's nicht geschafft. Ich auch nicht. Nicht wenigstens was fürs Event? Ja, Gewinner! Was gibst du? Äh, 10.500. Schnell einzahlen. Wow. Ja, sah ja an. Äh, ja. Jetzt sind es wieder 20 Minuten rum, ne? Schon wieder? Ja. Meine Güten. Oh. Oh nein. Was denn? Selbstzerstörung! Oh. Drei für die Yacht an und oberes Oberdeck. Jawohl, das machen wir noch, Mr. Maritz. Aber in der nächsten Folge, ne? Ja, unbedingt. Alles klar. Wir suchen's an der nächsten Folge. Also, ich sag da mal, äh, tschüss. Tschüss, unbedingt. Wir wollen hier... Bist du schon wieder gestorben? Ne. Nein, ich hab meinen Kopf mit nem Feuerwehrwagen gemessen. Ach so, na super. Also, bis zur nächsten Folge. Bis ein. Tschö, tschö. Tschö.